Hallo, willkommen, wir machen einen neuen Start nochmal. Letztens habe ich einen Testlauf gemacht und jetzt machen wir den richtigen Lauf mit Joypad und ich hoffe mal, dass es nicht ruckelt dann. Wir starten einfach mal mit einem neuen Spiel. Ja, ach mal. So. Das war jetzt ungefähr eine halbe Stunde. Das machen, was ich letztens in zwei Stunden gemacht habe. Also nicht wundern. Also mit Vorspann und allem drum und dran. Ich bin mal leise und wir warten ab. So, jetzt starten wir mal. Ganz einfach anders geht's. Mir geht das zu unserer Dampfmaschine sozusagen. Ich weiß einfach nicht, dass diese Grafik mit dem Verhältnis ist. Ich weiß nicht, dass diese Grafik sind drawig sind. So. So. Oh. So. Hops. Wir gehen oben. Und wir gehen zu unserer Dampfmaschine. Wir sind alleine. Wir haben den Pfarrer verloren. Wir wollen unseren Pfarrer wiederfinden. Und jetzt machen wir uns auf dem Weg, halt. Ah, das geht schon letztens. Auf dem Weg zu unserem Dampfschiff. Komm, weiter geht's. So. Wir müssen bisschen laufen. Schwimmen. Laufen. Schwimmen. Laufen. Und gleich fahren wir los. Ich vereine mich ja schon. Da ist die Maschine. So. Erstmal. So. 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 dass ihr da seid. So, schnell mal den Sprit holen. Ich weiß nicht. Ist halt so. Ja, ist halt so. Muss aber erst mal mit zurechtkommen mit dem Handy. Anders gibt es nicht. Ich weiß nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, ich gebe Gas Und stoppen, ja Also Alright, now I'm getting my quotes Alright Dann wieder auch den Haken frei Hier unten auch den Haken frei So, das ist ziemlich voll eigentlich Und dann geht's weiter Wir fahren weiter Und gucken, ob wir was machen können Als nächstes Ach, hätte gerade mal gebrochen So, Oh, ich dachte wir irgendwas umschieben gewesen Oh, ich weiß gar nix da Bremse Halt, 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 halt So, ich will nicht wegrollen hier Da bin aber ein kleines Windelchen da So, rein da mit dir So, ich muss hier Also, ich will nicht wegrollen hier So, ich will nicht wegrollen hier So, ich will nicht wegrollen hier Okay, bitte So, ich weiß gar nix die So, ich will nicht wegrollen hier So, darf ich da auch mal einen Haken über, ob nicht, ne? So, jetzt kommen wir wieder bei. Hinschpacken hier. So, da. So, muss ich nur hinhängen, doch irgendwo anders. So, weiter geht's. So, follow and sail, geh weiter. Ich sollte auch noch verraten, wenn wir was reinhängen. So, wo? So. Ich hab's ganz vergessen. So, weiter geht's. So, weiter geht's. Mal gucken, ob wir noch mehr haben. Wenn sie sicher nach draußen noch einen. Ja, wir fahren jetzt mal weiter. Den einen nehmen wir mit und dann gehen wir jetzt weiter. So. 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 Ich komme hier umbauen, glaube ich. Jetzt kriegen wir was Neues. Ich komme hier umbauen. Ich komme hier umbauen. Ich komme hier umbauen. Ich habe das Ganze als Letzte in zwei Stunden gemacht. Ich habe jetzt eine Transmung gemacht. Ich bin schon jetzt drin gekommen. Ich habe das Ganze als Letzte in zwei Stunden gemacht. Ich habe das Ganze als Letzte in zwei Stunden gemacht. Ich habe das Ganze als Letzte in zwei Stunden gemacht. Ich habe das Ganze als Letzte in zwei Stunden gemacht. Ich habe das Ganze als Letzte in zwei Stunden gemacht. Ich habe das Ganze als Letzte in zwei Stunden gemacht. Ich habe das Ganze als Letzte in zwei Stunden gemacht. Ich habe das Ganze als Letzte in zwei Stunden gemacht. fast voll was mache ich denn jetzt hier so Okay. So. Feuer habe ich gelöscht. So. Mal gucken, ob ich den Auto kriege. Das weiter geht. Hallo. Willkommen. Commander. Hi Commander. Da. Ups. Ups. Oh. 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 Ich weiß nicht, wofür es da ist. So, wir haben geladen. Jetzt können wir weiter fahren eigentlich. Mal schauen. So, wir fahren weiter. Ganz ohne Benzin. So, wir abschalten hier. Da kann man wohl durch, oder? Na? Jo. Da kann man durch, wie schon gesagt. Wo sind wir jetzt hier gelandet? Okay... 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 Mal gucken, wie schnell wir sind, war? Wir fahren ja halt noch ein ganzes Weilchen hier, wie es aussieht. Stopp... Rein, 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 rein! Was ist das? Warten wir rein hier. Aber wir müssen wieder reinkommen. Genau. Bremse, Bremse, Bremse. Bremse. So. Hier waren da Kisten oder nicht? So. 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 ähm, ein bisschen hoch, ne, irgendwie da gehen wir noch hier runter erstmal ganz langer Weg ein bisschen hoch, ne, ein bisschen hoch, ne, ein bisschen hoch kann ich schon fahren, eigentlich noch nicht muss ich mir hier nur das drücken, ne oh, das Motorrad ein bisschen hoch, ne, ein bisschen hoch das ist jetzt das ist was So, noch ein Riesenschiff in der Gunde. Mal gucken, er rollt ja noch. Wie wollen wir denn? 22.30 Uhr. So, mal gucken. Ah, hä? Oh, ich habe es gefunden. Ich hoffe, er bricht nicht hier ein. Hier an der Stelle. Ich weiß. Ich hoffe, er bricht nicht hier ein. Da an der Stelle. Da hast du das Ding gehalten. Als Einbrechstattag ist ein Problem. Da habe ich noch einen Haken frei. Aber nicht. Dann kommt es hier oben mit rein. So. Ich habe noch ein Fischer. Ja. Nein. Ich habe noch ein Fischer. Ich habe noch ein Fischer. Was ist denn? Obwohl eigentlich nicht, ja. So. Oh, ist auch keine Haken mehr frei, ne? Wir werden jetzt gleich sehen, ob ich da reinfalle oder nicht reinfalle, oder? In das Loch. Oh, ich fang ganz viel rum. Ich komm raus. Oh, ich fang. So. Oh. Oh, wasser immer? Was ist das? Wie soll ich das? Was soll ich das? Ich kann das wegnehmen. Huuuuhh Huuuuhh Huuuuhh